Dieser Ford Transit System ist hier zum Verkauf angeboten. Neun Personen haben in diesem großen weißen 5 Thüringen den Platz. Der Venn besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Tempomat, Bordcomputer und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 7,2 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 30.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Das war's ihnen. Wir schauen sie auf. Untertitelung des 때문에 Schatzi die im Hardware Series. Bis zum nächsten Mal.